Es fällt mir ziemlich schwer, an Ihre Liebe zu der unglücklichen Mörderin zu glauben. Wer ist das? Das ist meine Braut. Seit einem vollen Jahre habe ich sie nicht gesehen. Sie können doch noch nicht so höch sein. Zum Henker, so schließen Sie doch auf. Mit wem habe ich sie? Was wünschen Sie? Wo kommen Sie her? Aus der Korrektionsanstalt, aus der ich heute früh ausgebrochen bin. Bitte selten Sie mir, ich habe einen Platz, um die Frau zu befreien. Sprechen Sie denn? Was ist das für ein Plan? Und was wollen Sie von her? Die Frau kann Ihnen unmöglich, so leicht könnte ich sein, dass ich Ihnen das sagen muss. Was sie vor die Gottesorgungsrichter zum Protokoll beigabe, hat ihm irgendetwas alles, was die Verteidiger fragte. Sie waren mir beste Entlastungszeuge. 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 Dann schlage ich Ihnen den Bürgern so breit zusammen. Seien Sie doch froh, ich komme. Heißen Sie nicht, dass die Frau seit drei Wochen tot ist? Das ist nicht los. Was wissen Sie? Bitte lesen Sie, Vater, da fiefernden in des Doktors Schülern der Kohleberg erkrankt. Da steht nicht, dass sie gestorben ist. Was soll sie denn sonst? Sie liegt seit drei Wochen auf dem Friedhof. Gleich links um die Ecken neben dem Misthaufen. Ist es nur, dass sie tot ist? Gott sei Dank, ja. Mein Leben ist so wenig wert, und ich hätte es gern ihren Glück gegobzert. Ach was, ich pfeif drauf. Ich pfeif drauf. Ich pfeif drauf. Irgendwie werd ich doch uns zum Türen. Und jetzt wieder raus. Also wählen Sie es bitte. Ich stoffe raus. Ich pfeif drauf. 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 Ich pfeif drauf.